17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Streikaufruf der polnischen Gewerkschaft Solidarität heute weitgehend befolgt. Vor Rückkehr der freigelassenen amerikanischen Geiseln in die USA. Erfolg des linken Flügels bei Labour-Tagung in Großbritannien. Parteivorsitzender soll nun von eigenem Wahlgremium bestimmt werden. Französische Sozialisten wählen Parteichef Mitterrand zum Präsidentschaftskandidaten. Berliner CDU schließt Unterschriftensammlung für Volksbegehren über vorgezogenen Neuwahlen erfolgreich ab. Das Wetter morgen. Im Süden meist sonnig, sonst wechselnd voltig. So, na, ist der jetzt warm genug? Ja, das ist mir warm genug. Aber bitte sei so lieb, nimm sie wieder weg. Es ist mir zu warm. Lieb von dir, lieb von dir, aber. Ach gut, du, wir wissen ja gar nicht, wie gut es uns geht. Jetzt weiß man doch, wie abbleibt. Jetzt weiß man wiederum nicht, was wird also wirklich in Polen sein? Ich meine, so heute streiken sie, na, sehr schön. Wie lange werden sie es noch erlauben? Ja, ja, wie lange werden die Russen noch zuschauen, bevor sie mit brüderlicher Hilfe die Streiks beenden? Ja, aber jetzt muss ich dran denken, an die Geiseln. Heute kommen sie also zurück nach Amerika. Nein, ich glaube morgen erst. Oder morgen. Was für Freudentränen. Was für Umarmungen. Was für Rufe. Was für Glück. Ja, ja, Hilla, Rufe, Glück und so weiter. Aber wie viel kaschierte Sachen, die bis jetzt nicht aufgebrochen sind, privat, privater Art werden jetzt aufbrechen. Ja, sicher. Sicher. Die psychischen Schäden. Naja, wir werden es nicht ändern. Sag, geht es dir schon besser? Ja, eigentlich nicht. Aber es ist mir trotzdem peinlich, dass du diesen Dr. Feldmann angerufen hast. Schau, es ist mir ja wirklich nur ein bisschen nicht gut. Heute ist Samstag. Weißt du, was das heißt, wenn man einen Arzt am Samstag ruft? Was soll ich denn da machen? Ach Gott, ist es unten? Ja, Moment. Aua, so. Aber ich hab ja kein Fieber. Du, du, ich bitte dich, was heißt einen Arzt am Samstag ruft? Der Feldmann ist kein Arzt. Na was denn? Entschuldige. Der Feldmann ist selbstverständlich ein Arzt. Aber der Feldmann ist im Verhältnis zu mir, der ist mit mir acht Jahre ins Gymnasium gegangen. Trotzdem ist er jetzt sicher ein überarbeiteter Arzt. Ja, aber dass er überhaupt ein überarbeiteter Arzt werden konnte, das hat er schon einem ganz schönen Teil mir zu verdammt. Denn wenn er meine Latein- und Griechischarbeiten nicht immer abgeschrieben hätte, wäre er kein überarbeiteter Arzt, sondern wäre höchstens ein überarbeiteter Arbeiter. Aber ich weiß nicht, es ist mir peinlich. Ich denke die ganze Zeit daran, was ich machen könnte. Irgendwas, damit er sich nicht gefoppt fühlt. Ich weiß nicht, dass ich das Schwerkranke spiele oder sowas. Nein, der ist der Typ des guten alten Hausarztes, den es ja heute kaum mehr gibt. Ich meine, der ist kein großer Mediziner. Der sagt da ohne weiteres, nein, weißt du, Franzl, davon verstehe ich zu wenig. Geh zu einem Spezialisten, du gehörst zu einem Urologen oder du gehörst zu einem Röntgenologen. Der soll dich anschauen. Aber ich finde das sehr gescheit. Aber pass auf, mir fehlt gar nichts. Ich weiß es jetzt schon. Wenn dir gar nichts fehlt, bitte, warum warst du dann damit so ohne weiteres Einverstanden, dich da ruhig herzulegen? Ja, das ist es eben, das Komische. Fällt dir doch irgendetwas? Ja, ja. Du, ich hätte gern was. Ja, was heißt denn gern? Nein, mein Gott, wenn ich denke, der Guido kommt, der Guido kommt, ich stehe auf. Nein, nein, du bleibst liegen. Und bitte, und wenn du einen Tee brauchst, also ich habe die Elfi eh schon verständigt. Das darf doch nicht wahr sein. Du sagst, du darfst nicht wahr sein. Sag mal, für einen Tee brauchst du die Elfi. Also für einen Tee brauche ich die Elfi, wirklich nicht. Ich bin zwar gepatscht, aber einen Tee kann ich gerade noch machen. Ja, aber es könnte ja sein, dass der Feldmann sagt, du brauchst irgendeine Diät und so. Um Gottes Willen, die Elfi und Diät kochen, erschreckt mich nicht. Entschuldige, Entschuldige, du hast recht, ja, ist besser. Bitte, bitte gib mir jetzt das Nachtjacket, weißt du, aber dieses hübsche Rosane, was ich vorhin da nie geschenkt bekommen habe, zu Weihnachten, wo ist es? Das weiß ich jetzt nicht aus, in der Kommode bestimmt, aber in welcher Lade weiß ich nicht. In der Kommode, bitte schauen wir noch in der Kommode, wenn wir noch mal ein Licht machen. Und in der zweiten oder in der dritten. In der zweiten oder in der dritten Lade. Ja. Bitte sehr, da hätten wir da so dieses hübsche Rode. Hähn wir auf, bist doch kein Nachtjacket, das ist schreckliches Zeug. Ja, die Jama, willst du auch keines? Nein, ich will dieses Jacket, bitte. Sei nicht so patschig. Die vierte, dritte Lade. Franz. Bitteschön, bitteschön. Nein, nein, jetzt weiß ich. Das ist ein sehr hübsches Pullover. Grausliches Zeug. Nein, bitte, mach zu, es ist bestimmt jetzt in der letzten. Ja, ja, es ist in der letzten Lade, in der, Franz, letzte Lade, von oben nach unten gesehen. Immer ist oben die erste und die letzte ist unten. Bitte, bitte, bitte. Genauso wie links. Prüstenhalter brauchst du jetzt keinen, bitte. Ach, Franz, meinen Nerven. Es gibt ja immer mehr diese eine Chance. Na, siehst du es. Ja, da, siehst du es. Von hier aus, siehst du es. Ja. So, bitte sehr. Moment, aber jetzt kann ich es natürlich nicht. Ist jetzt, ist schon genug. Na, wie viel haben wir? Aber gar nichts, 36,2 oder irgend so was komisches. Moment. Na, gar nichts. Ja, 36,8, aber bitte auch, das ist nicht erschütternd. Na ja, schön, also einmal, so. So. Bitte vielmals gehen. Ja, reinhelfen muss man schon. Ja, Moment, bitte, bitte, selbstverständlich. Dieser Mali, so, nein, Moment, nicht verdreht, so. Ja, danke. Na, also wirklich, du. Du, wenn ich dich so anschaue, Hilla, muss ich sagen, allerhand hoch, Achtung, also du nimmst das noch mit jeder Jungen auf. Na, also du, das ist aber wirklich ein Kompliment. Du, das ist… Also bei dir muss man krank werden, damit man ein Kompliment kriegt. Nein, 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 du musst nicht krank werden, sondern wir haben heute eben endlich einmal ein bisschen Zeit, sonst ist ja am Samstag bei uns immer so ein Wirbel. Ich hoffe, dass heute mal… Ja, ja, der Wirbel kommt gleich, pass auf. Du glaubst, also ich hoffe, es wird heute ein ruhiger Samstag sein, es genügt mir schon, dass du krank bist. Aber wirklich, du schaust aus als ein Blühen. Na ja, weil du mich so gut pflegst. Du, da fällt mir ein, es ist doch sehr merkwürdig, es gibt so viele Menschen, die wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass die verschiedenen Lebensalter verschiedene Freuden, verschiedene Leiden haben. Erinnere dich nur, alles war ja auch nicht so schön, wie wir jung waren. Nein, aber ich meine, das, was nicht so schön war, vergisst man, und das, was herrlich war, das hat man halt noch sehr gut in Erinnerung. Aber das ist doch kein Grund, dass man plötzlich, wenn man älter wird, um jeden Preis um die Jugend kämpft. Na ja, nein, um jeden Preis darf man nicht drum kämpfen, aber hier und da, dass man hier und da ein ganz klein bisschen traurig ist, das darf schon sein. Ein bisschen, so ein bisschen. Und nicht drüber reden, sondern es bei sich behalten. Na, das ist ja schon immerhin etwas. Ja, das schon. Weißt du, bei einer Frau ist das ein bisschen was anderes, wie bei einem Mann. Ja, ja, schon. Ich denk mir so. Hela, Hela. Weil du grad die Männer in Schutz nimmst. Da muss ich das sagen. Ich hab Kollegen, die ja so ungefähr so in meinem Alter sind. Du, der zieht sich an, womöglich mit Blue Jeans. Ja, solche Esel. Und ganz enge Jacken. Ja, solche Esel. Er kann kaum atmen. Ja. Aber er geht dann herum und macht den Mädel und macht da schöne Augen. Und da glaubt er. Also die werden ihn halten für einen feschen jungen Kerl, weil er so eingeschniert ist. Ja, blöd. Blöd. Das erinnert mich. Ja. Du, ich hab einen, einen Freund, ich werde ihn verraten jetzt nicht, vielleicht kommst du von selber drauf. Na. Der hat zu mir gesagt, weißt, naja, also natürlich bin ich verheiratet. Oh Gott, und dass ich also eine Freundin hab, naja, welcher Mann hat eigentlich keine Freundin? Ein Gauner. Ja, aber noch nicht alles. Und dann weißt, und dann brauch ich halt noch was fürs Herz. Seit wann heißt das Herz? Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Es ist ein echter Esel, dieser Herr. Ja, ja, ja. Ja, aber es macht nichts, es muss auch solche geben. Nein, du hast ganz recht, mit Würde älter werden, wenn man schon das Wort alt umgeht, nicht wahr? Mit Würde älter werden, ja, ja. Ich hab's ja mal einen Kollegen gehabt, der war auch nicht sehr würdevoll. Ja? Nein, der war ein furchtbar eitler Kerl. Stundenlang ist er vor dem Spiegel gestanden in der Garderobe, der ging uns alle auf die Nerven. Und einmal, da waren wir alle unten im Konversationszimmer und da haben wir so durchgesehen zum Portier. Und da hat er einen Brief in Empfang genommen. Und dann hat er's lang gelesen und dann hat er so den Kopf geschüttelt. Und dann hat er gesagt, dummes, dummes Mädel. Dann hat er den zugemacht und dann haben die Kollegen in dem Brief gestressen ein bisschen, weil sie unbedingt wissen wollen, ob das wirklich ein junges Mädel ist. Das war die Steuerbehörde, die gesagt hat, wenn sie nicht binnen. Verstehst? So ein Brief heute. Du, Dilla, soll ich dir vielleicht jetzt etwas vorlesen, damit du eine Beschäftigung hast? Lieber Franz, bitte mach kein Theater mit mir, geh in dein Arbeitszimmer, arbeite etwas und wenn ich dich brauch, werde ich dich rufen. Nur eines bitte. Vergiss nicht meinen Tee. Nein, nein, bitte. Also den Tee, den vergesse ich selbstverständlicherweise nicht. Also Wiederschauen dabei. Wiederschauen. So. Ah ja, im Arbeitszimmer ein bisschen. Ein Moment. Ach so, ja, ich soll ja nicht auf den Tee vergessen, wenn wir weitergehen um den Tee. So. Franz. Ja, Servus. Ja, das ist mit der Hilla. Die Hilla liegt im Bett und ich weiß nicht, was wirklich ist. Sie fühlt sich nicht ganz wohl. Ich meine, sie hat sich gar nicht ungern ins Bett legen lassen und das ist ja immer kein so gutes Zeichen. Habst du vielleicht ist sie verkühlt oder es geht jetzt derart um, wo man hinschaut. Alle Menschen haben das. Macht dir bestimmt keine Sorgen, Franzis. Du, du, ich mach mir um alle Menschen keine Sorgen. So gut bin ich nicht, aber um die Hilla mach ich mal so ein. Sag mal, ich bin ja direkt her. Weißt du, ich war in Linz. Ich bin gestern, gestern am Nachmittag hingefahren. Bitte, was hast du denn schon wieder mit Linz zu tun? Der Donauverlag hat das 25-jähriges Jubiläum gehabt. Da haben sie gestern am Abend zu ein kleines Abendessen gehabt. Da haben sie mich eingeladen und heute war schon wieder eine Besprechung. Und jetzt bin ich also gerast, dass ich herkomme, weil ich natürlich ununterbrochen an die Hilla bin. Ja, ja, ja. Du, sie will einen Kaffee, äh, nicht einen Kaffee, einen Tee will sie haben. Ja, das mach ich immer und alles. Na, ich sag dir, du, das Leben ist so wahnsinnig ansteig. Aber geh nicht. Das ist eine Ecke. Jetzt hab ich endlich einen Parkplatz gefunden, weißt du, unten an der Ecke. Also, war nicht sehr groß. Ich hab halt so mich ungeheuer geplagt, dass ich hineinkomm und vor mir, das ist ein riesiges Auto mit einem Chauffeur. Und der sieht, wie ich mich blauke. Auf einmal stürzt der herauf und brüllt mich an und sagt, Sie sind an mein Auto angefahren, die Frauen können an mein Auto fahren. Ich hab gesagt, zuerst einmal ist das nicht wahr, weil das hätte ich ja wirklich spüren müssen. Und dann hab ich gesagt, wenn Sie schon sehen, wie ich mich blauke, hätten Sie ja wirklich um zehn Zentimeter vorfahren können. Dann hab ich gesagt, bitte, Gnädigste, wären halt ausgestiegen, dann wären sie halt zu mir gekommen, hätten angeklopft und hätten gesagt, bitte, könnten Sie nicht ein Stück vorfahren? Hab ich gesagt, die können nicht meine Vorfahren, aber einen herzlichen Gruß an Ihre Frau Gemahlin. Hab ich gesagt. Also, vergrüß man den Tee nicht. Ja, nein, nein, ich mach ihn dann gleich, ich muss nur ganz schön die Jena begrüßen. Nein, nein, das ist... Du, Apropos, weil ich dir alles, jetzt hätte ich fast vergessen, das Wichtigste dir zu sagen, ein Wunder ist geschehen. Was für ein Wunder? Der Tommy, er ist durch die Mathe-Prüfung durch, er hat einen Führer, er hat die Prüfung bestanden. Das ist ein Wunder? Das ist ein Wunder. Nein, also wirklich, du, das ist der merkwürdige Einstellung zu wundern. Ich werde dir dieses Wunder sofort erklären. Weder du noch der Ernst, du hast ja wirklich den Mühe wert gefunden, sich mit ihm ordentlich hinzusetzen. Ich bin zwei Tage, habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe mit ihm das Ganze durchgenommen, obwohl ich auch kein sehr guter Mathematiker war. Aber so, für den August, das war, bitte, und das war das Wunder. Ein bisschen Pädagogik, ein bisschen Konsequenzen, aber bitte natürlicherweise, wenn ihr das so macht, wie mir der Guido erzählt hat, dass du den vorigen Samstag da mit dem Ernst aufgeführt hast, wie, wie, wirklich, also mit Hysterie, kann man das Ganze natürlicherweise nicht lösen. So, äh, Hila, die Elf ist. Hila, Hila, bist du schon lang da? Nein, nein, ich bin gerade gekommen, direkt aus Linz, wie geht's dir? Direkt aus Linz, du tust mir so leid, dass ich dich jetzt auch noch beschäftige. Also ich habe mir solche Sorgen gemacht. Aber gar nichts, ist ja nicht so schlimm. Ich bin direkt herauf, weißt du, die Teenie sitzt unten und macht ihre Aufgabe sich besser, wenn man sich jetzt nicht unterbricht. Ja, Gott sei Dank. Was suchst du denn hier? Hast du eine schöne Tasche? Die ist praktisch, die kann man sagen. Ja, weil es so leicht ist, gell? Ja. Aus Linz. Danke. Ein Gewürz da. Ja, schön. Warte, das sind die Zucker und für die Kinder, das ist nichts für dich. Und praktisch. Hab ich endlich gefunden, das wollte ich dir schon so lange schenken, ein Buch von meiner Lieblingsautorin, Marlen Haushofer. Danke vielmals. Die Wand. Kennst du nicht, gell? Nein, kenn ich nicht. Das ist so wahnsinnig gut. Du, ich habe vor ein paar Tagen gesehen, im Radio ist gelesen worden eine Geschichte von der Haushofer. Ja? War's schön? Nein, ich hab's nicht gehört. Ja, sehr schön. Na geh. Und jetzt? Du, danke vielmals, Franz. Zwei Geschwister. Bitte. Habe ich in einem Kiosk gewinnt, verwischt, ein Riesengalas. Du, aber im Bett? Kann ich das im Bett machen? Jetzt wirst du überhaupt nicht mehr aufstehen. Wichtig. Ach ja, das geht auch im Bett. Da braucht man ja nur... Moment, wir müssen dich ein bissl... Nein, vielleicht später machen. Ja. Elfi, in der Küche ist doch so ein Tablett, ein großes. Bringt das. Wenn sie das Tablett hat, kann sie es auch nicht weiter. Ja, gut. Ich wollte... Ich wollte dich was fragen, bitte. Hat der Ernstl dich schon angerufen aus Erlangen? Ja, na ja, gleich wieder angekommen. Ja. Und heute erwarte ich jetzt nach neun. Du, du... Erwarte ich seinen Anruf. Geh, versprich mir bitte. Sag ihm nicht, dass ich krank bin. Er ist so sensibel. Er soll sich nicht aufregen. Du, also dieser Streit vor die Woche entschuldige. Bitte. Es ist... Es ist... Es geht nicht auf dich. Ich sag das nur so. Ich will damit gar nichts ausdrücken, Elfi. Das musst du mir glauben. Aber der Streit vor die Woche, der hat ihn furchtbar zu schaffen gemacht. Mhm. Mir auch. Ja, ja. Ich geh ins Kaffee und Tee machen. Ja, ja, geh Kaffee und Tee machen. Du, die Elfi ist so rührend. Du bist gut. Na, ich bin vielleicht nicht rührend. Geh weg. Möchtest du rührend sein? Ja. Es war, ich möchte eh nicht rührend sein. Weißt du, was du bist? Nein. Du bist mein Franzl. Danke vielmals, Christian. Bitte. Ja, du, Moment, jetzt werden wir das aber richten. Äh, mit den Pölstern, damit du dann anständig sitzt. Aber ich lieg ja eh gut. Aber nein. Nein, ich krieg keine Luft, wenn du dich so über mich herauf. Nein, nein, nein. Du weißt, ich hab so leicht Platzangst. Mein Gott. Nein, bitte, bitte. Nein, bitte, Franz. Jetzt steh ich ja im Bett. Geh herauf. Nein, darf ich das weg? Wie tun das? Das eine tu ich weg. So. Meine Herrschaft. So gut ist jetzt ja. Jetzt ist gut. Danke. Warte mal, wenn ich's dann nachschauen bei dir. Was denn? Ja, ich versteh das gar nicht. Wieso der noch nicht da ist? Der Feldmann? Der müsste doch schon da sein. Aber geh. Moment, Moment. Jetzt hat aber, glaub ich, das Telefon geläutet. Ja? Ich muss gleich schauen. Ja. Ja, also, leg dich nicht auf ins Feld. So. Ach so, nein. Aber geh. Na ja, wirklich. Das ist doch für kleine Kinder und für junge Hunde. Der tatschelt dann ab und sagt, wie geht's denn? Wie geht's denn? Wenn man sich seinen Arm gebrochen hat, muss man ihm die Zunge zeigen. Das kennst du auch von ihm. Man muss pausenlos den Mund aufsperren. Allerdings ist er ein guter Diagnostiker. Das muss man ihm lassen. Du weißt, dass der wirklich und wahrhaftig die Blasensteine und die Nierensteine vom Franzler gekannt hat. Na ja, vielleicht ist er eigentlich in Wirklichkeit ein guter Geologe. Ja. Komm. Die Mutter hat gesagt, ich soll die Aufgabe heroben machen. Ja, ja, dann mach deine Aufgabe hier heroben. Weißt du, es ist nämlich ... Was hast du denn heute für eine Aufgabe? Du, bitte, wenn das wiederum irgend so ein Hauskittel ist oder wo möglich ein Abendkleid oder so, das kannst du heute hier nicht machen, weil die Oma ist krank, liegt im Bett und es kommt dann der Doktor Feldmann und dann werden wir vielleicht den Tisch hier brauchen, aber bitte dabei kannst du beginnen. Nein, nein, es ist Geografie. Sie ist ja eben Atlas. Geografie. Na ja. Na ja, bitte, was machst du denn da mit Geografie? Was wird da heute unternommen? Sag einmal, die Oma, weißt du, die ist nämlich ... Die ist nicht gut beieinander. Wieso nicht? Na ja, wahrscheinlich ist sie verkühlt. Na ja, da kann man nix machen, wenn sie verkühlt ist. Weißt du, an sich ist es ja relativ ein Glück, dass sie verkühlt ist. Ein Glück? Denn es könnte ja was Ärgeres ... Ein Glück? Ja, natürlich, es könnte ja was Ärgeres sein als verkühlt. Das verstehe ich nicht. Na, hast du schon mal gehört, dass etwas relativ ist, ne? Die Relativitätstheorie. Einstein. Einstein, ausgezeichnet. Also von Einstein hast du schon gehört. Wieso übrigens? Ihr lernst jetzt schon was von Einstein? Nein, eigentlich nicht. Man schnappt noch hin und wieder so ein paar Brocken auf. Aha, und da hast du was aufgeschnappt. Relativ heißt nämlich alles, was sich auf etwas anderes bezieht, ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, der Thomas hat da noch so ein Wort, das er gern verwendet. Ja, na, was ist das? Transparent. Transparent? Aber das weiß ich noch nicht, was das heißt. Ja, da kann ich dir nur gratulieren, wenn du das noch nicht weißt. Das wissen die meisten Menschen nicht, was das ist. Also im Allgemeinen kann man sagen, transparent nennt man das, was im dichtesten Nebel ist und wovon man in Wirklichkeit gar nichts versteht. Na ja, na ja. Nein, du, bitte, nein, fang doch nicht hier an, sondern geh lieber dort hinauf, damit der Tisch hier frei bleibt. Ich weiß nicht, also dass der noch immer nicht da ist, ich muss ihn jetzt anrufen, weil so geht das einfach nicht weiter. Servus, Mutti. Dienerle, mein Schatz. Da bist du ja. Du, das ist gut, mach deine Aufgabe, ja? Ja. Du, ich hab dir Zuckerl mitgebracht, was liebt, ja? Ja, natürlich. Ich komm gleich, ja? Ich komm gleich, ja? Setz dich her, mach deine Aufgabe weiter. Ja. Ich helf dir dann, ja? Ich hab dich ganz leicht zu behandeln. Meine, meine liebe Schwiegertochter, das ist ja schon die Höhe. Oh, mein Ernstl. Ach so, jetzt hat's aber geil, jetzt muss es wirklich der Feldmann sein. Ah, Servus. Mein Name ist Guido Eissab. Ja, sehr angenehm. Servus, Guido. Ja, Servus, Guido. Ja, ich bin nicht in den Urlaub. Ja, endlich ist der Feldmann. Aber ein herrlicher Tag, ein wunderbarer Tag. Kinder, ich wollte spazieren, sowas herrliches. Es klirrt ja gerade zu. Oh, gesund ist das, gesund. Na ja, ja, ja. Wie geht's euch, Kinder? Ja, das ist sehr schön, freut mich. Nachrichten hab ich auch gar nicht gepasst. Was ist denn die Nachrichten? Ich hab gar keiner gehört. Aber du, die dann Polen und die Iran-Geschichten und die Geiseln und so weiter. Bin ich froh, dass ich nichts gehört hab. Ja, ja. Du, sag einmal. Sie Damenhaft, das ist nicht sehr freilich. Aber die Herren, aber die Herren. Und du, ja? Ja, du, ich. Du strotzt von Gesundheit. Was mich sehr freut, nicht wahr? Die Hila liegt im Bett. Die. Na, was sagst du? Ich komm da her und die Hila liegt im Bett. Sie müssen doch nicht verkühlt sein. Ja, sie ist verkühlt. Sie ist verkühlt? Also ich hoffe, dass sie nur verkühlt ist. Was heißt nur? Ja, weil das wär ja noch ein Glück. Das könnte ja auch noch was Ärgeres sein. Nein, bitte. Ich hab schon. Hast du den Fischmann angerufen? Was heißt angerufen? Ich hab jetzt grad wiederum versucht. Nicht wahr? Frau Fischer. Hast du guter Laune jetzt? Na, Gott sei Dank. Da ist er jetzt. Servus, Franz. Servus. 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 Servus, ja. Was heißt endlich, mein lieber Freund? Andere Familien haben auch kranke Leute. Ja. Aber wir gehen vor, wir gehen vor. Servus, Bube. Servus. 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 Ja, gib ihm einen wieder den Schlecker. Wenn der krank ist, ist es ein hoffnungsloser Fall. Der hab ich schon längst aufgegeben. Der raucht viel zu viel und viel zu schlechte Zigarren. Der soll ich haben. Zigarren rauch ich. Der war schon ein Grepierl als Kind. Grepierl? Wie wagst du es? Du Wicht sagst zu mir. Grepierl. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie wir Fussball spielen? Der hat er nach Luft geschnappt beim Training wie ein Karpfen. Ja, ja. Möglicherweise. Aber ich hab als Jugendlicher immer Luft genug bekommen, ja? Ja, ja. Luft muss man selber holen. Da kannst du keinen schicken drum. Vielleicht hast du mehr Luft gehabt. Aber heute, heute hast du eine schlechte scheißliche Zunge. Und bist kurzatmig wie ein löchriger Blasbank. Ja. Du, wenn ich dich seh, wenn ich dich seh, da krieg ich sofort einen hohen Blutdruck und Herzflattern. Sofort. Flatterhaftes Leben, Manu, dazu. Ich versuch mit einem geistvollen Dialog, gehen wir zur Hila. Wo ist die Hila? Ah. Servus. Servus. Was ist das für ein Apparat? Apparat. 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 Ja. Das tat ich. Das tat ich. Das tat ich. Schaut ihm endlich. Ah. Ah. Grüß Gott. Ah. Grüß Gott. Ja. Mach nur zu. Jochen Bazillen, Mutterschefe. Nein, nein. Wieso? Oh, ja. Das sieht man doch. Was ist das, eine Allergie oder ist das eine Erkältung? Du fragst die Patienten nur Kassieren und die Patienten sollen die Diagnose stellen? Der ist gut. Der ist gut. Man möchte es nicht glauben, dass ein Mensch mit zunehmendem Alter statt gescheiter blöder wird. Das ist das. Dankeschön. Du bist richtig. Das macht nix. Ah, ja, ja. Eine Bindehautentzung. Präparitis, ja, ja. Bindehautentzung. Wie ein Osterhaus. Rot, wie ein Osterhaus. Nein, das macht nichts. Da gibt's ein berühmtes Hausmittel dagegen. Das nimmst Wattebauschel mit Kamillentee auf die Augen auflegen und Sonnenbrille drauf. Sonnenbrille, Wattebausch, Kamillentee. Das ist großartig, dass du alle behandelt. Ja, ja. Also, geh mal zur Hille. Geh mal zur Hille. Ich komm zu dir. Du, das ist nicht zu spaßend. Der ist ein prima Diagnostiker. Er tut nur so dumm. Du vergleichst jetzt alles mit Blöderlei. Aber du hast... Lass dich anschauen. Bisschen gerät. Du bist gerät. Warte, das werden wir gleich haben. Es kommt alles nur von der Seele, weißt du? Ja, ja. Das ist ein Hausarzt nach all dem Schrott und Korn, sag ich dir. Der versteht sein Fach noch. So, wo haben wir das? Und ich mach dir einen wunderbaren, wunderbaren Tee, den kriegst. Und den gibst du auf die Augen. Gell? So. Und dann werden wir es gleich haben. So. Aha. So. Das wird aber ein grauslicher Tee für die Hille. Warum hast du denn jetzt kochende Wasser genommen? Das kann man da nicht von der Leitung nehmen. Ich meine... Ey, das ist ja nicht für die Hilda. Das ist ein Augentrost für deine Bindehautentzündung. Darf ich das draufgeben? Du, das ist aber ein Lieben von dir. Nein, aber nicht so... Ein bisschen aus. Nein, du, das muss man doch an Warte nehmen. Ich mach mir das selber. Na ja. Aber es lieb von dir. Danke. Aber du gibst das drauf. Auf die Augen. Ja, ja, sofort. Und eine Sonnenbrille, die treib ich auch auf. Danke. Bist ein bisschen gerötet. Gute Besserung. Servus. Sonnenbrille holen. Kannst du mir mal schnell sagen, was die Hauptstadt von Rwanda ist? Was für eine Hauptstadt, bitte? Von Rwanda. Ach, du meinst Uganda? Nein! Rwanda. Ganz bestimmt. Rwanda? Das hab ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich hab mal Rwanda gekannt. Aber das war kein Land in Afrika. Das war eine sehr fesche Kärntnerin vom Wilacher Faschinger. Nein, nein. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Ich werd nachdenken über die Hauptstadt. Ich hab jeweils Montag Zeit. Servus, Puppi. Servus. Bist 30? Ja. Fein, fein. Was machst du denn da? Gewissengrad. Aha. Geografie, oder? Ui. Ui. Ja, bitte? Ich steh zu deinem Dienst. Danke. Das ist meine Freude. Hast du was mit den Augen gemacht? Sonnenbrille tut gut. Danke dir. Fein. So. Servus. So süß. Kannst du mir nicht helfen? Fein. Fein. Nimmst du das alles runter? Ja? Ja. So. Ein feiner Kaffee, der wird mir gut. Ganz drossens herrst. Da hat's an vorn. Ja, Mutti, warum halten du in der Wohnung gewinnt deine Sonnenbrille auf? Das ist alles nur wegen der Schönheit. Ich möchte die Sophia Loren sein, weißt? Bitte. So. So. So, meinst du, was macht die Aufgabe? Na ja. Na, wie weit bist du? Na ja. Nicht sehr weit. Siehst? Na ja. Na ja. Das ist nichts. Was für eine Hausaufgabe hast du denn? Eigentlich, es ist eine Strafaufgabe. Ui. 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 Du hast deinen Glück. Ui. Du hast deinen Glück. Du hast deinen Glück. Uns brauchst du nur Fragen. Du kannst Fragen nach Geschichte, nach Zoologie. Ist ja wurscht. Geografie. Nicht? Du fragst uns und wir sagen da alles. Also. Na, weißt du. Lieber Guido, ich bin, ich bin nicht ganz deiner Auffassung. Warum? Die frag du. Sie hat eine Strafaufgabe zu machen. Und das ist ein Zeichen, dass er sich nicht genug konzentriert hat in der Schule. Und ich finde, das müsste man, diese Konzentration muss man eben nachholen. Da muss man selber denken und nicht von jemandem anderen sich das irgendwie anders machen. Ist eh wahr, du hast recht. Aber schau, Konzentration, das ist ja auch, Konzentration ist ja auch eine Frage. Wenn man eine Frage stellt, muss man sich konzentrieren. Und das ist doch was Wunderbares. Das merkt man sich vielleicht fürs ganze Leben. Ja. Einprägsamt, ne? Ich habe eine Frage. Na, da, los. Was ist die Hauptstadt von Rwanda? Von was? Von Rwanda. Das ist ein Zungenbrecher. Sag's nur einmal. Rwanda. Das ist die Hauptstadt von Rwanda. Hat deine Lehrerin vielleicht einen Sprachfehler oder irgendwas? Nein. Rwanda. Das heißt Uganda. Jetzt weiß ich es. Das hat der Opa auch schon gesagt. Das heißt Rwanda. Nein. Kenn ich nicht. Rwanda. Schau. Gut, du siehst du, du kannst das ja. Rwanda. Das muss ich schon einmal gehört haben. Rwanda. Ja. Ja. Und da habe ich eben gemeint, sie ist hoffentlich verkühlt. Weil es ist mir immerhin lieber, sie ist verkühlt, als sie ist wirklich ernsthaft erkrankt. Und das hat sie halt jetzt ganz einfach noch gesagt. Ja, du hast das nur vergessen. Nur? Nichts für Ungut, kleine Dame. Also Achtung. So. Allgemeines Biotei. Ja. Es hat den Anschein, als ob die Oma diesmal wirklich krank wäre. Aber geht. Influenza-grippaler Infekt und sowas. Man will erst sehen, was sie ausbrüttet. Oder sie hat sich vielleicht nur den Magen verdorben. Das ist auch möglich. Ja, das weiß ich nicht. Einmal abwarten. Der Blutdruck ist normal. Das Herz ist auch. Das ist auch ganz nett. Also bitteschön im Bett lassen. Ja. Hungern lassen. Und abwarten. Abwarten. Und Kaffee trinken. Milch auch. Ja, bitteschön. Wenn ich da gleich auch hierausen will. Ja. Ein bisserl hell. So. Grütti, mehr Licht. So, Dankeschön. Ein bisserl Zucker. Wo ist der Zucker? Ich bring jetzt der Hila einen Tee. Darf sie einen Tee trinken? Ja, sie darf einen Tee trinken. Jede Menge. Aber bitte ohne Zucker. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Gut, gut. Na ja. Da werden wir uns beschäftigen mit. Darf ich Hila? Ja. Ah, schon. Immer darfst du Hila lieb, dass ihr das nicht vergessen habt. Ja, hörst du. Hat ein bisserl lang gedauert. Du. Also Elfi. Elfi. Mich hat der Feldmann auf eine Idee gebracht. Ja. Er hat gefragt, wie viel ich rauche. Ich möchte so gerne Zigaretten haben. Bitte schmuggel mir irgendwie eine rein. Nila. Ja. Was? Eine Hälse, oder? Nein. Nein. Du bist ein Schatz. Ich hab mir gedacht, dass dich ein bisserl freut. Du bist ein Schatz. Wenn der Franz es sieht und der rotiert. Oh nein, der weiß schon aufpassen kann. Du fein. Ah, bist du lieb. Hila, schau. Du auch? Zu deinen Ehren. Wir sündigen zu zweit. Komm. Darf ich dir? Du, wenn's mir jetzt schmeckt, bin ich gesund. Wenn's mir nicht so sehr schmeckt, dann hab ich was. Du bist eh gesund. Das schmeckt aber bestimmt. Na ja. Siehst du das? Entschuldigung. Entschuldigung. Du. Warte mal, ich will. Nur mal schauen. Ja. Aber was ich geahnt hab. Glaubst du, der Feldmann hat was gefunden? Bei mir nix ist. Fahrt. Das muss ich da rumlegen. Siehst du. Aber bleib im Bett wenigstens so lange da ist. Ich bin jetzt schlecht auf. Du kennst ihn doch. Na ja gut. Ja, fahr. Warte, ich schau einmal. Ja. Nein, nein. Es ist keine Gefahr. Franz bringt Kaffee. Der Feldmann hat so einen Cognac vor sich. Es ist keine Gefahr. Wenn du so einen Cognac vor sich hast, ist ja glücklich. Elfilein. Ich freu mich so, dass du wieder lachst. Danke. Das heißt, eigentlich hab ich's ganz gern, dass du einmal ein bissl im Bett liegst. Gell? Immer wenigstens einmal ein bissl allein. Ja. Du hätt so viele Probleme, die ich mit dir besprechen müsste. Elfi, wir müssten einmal einen ganzen Nachmittag reservieren, müssten sagen, wir gehen weg und dabei sperren wir uns hier ein und reden. Einmal? Ein paar Wochen müssen wir das. Oh mein Schatz. Damit wir fertig werden. Nachhinein. Mein Gott, das ist so schön heute dran. Jetzt müssten wir irgendwo in Tirol sein. Wir zwei, gell? Mein Gott, wär das herrlich. Aber ich fahr ja dann mit den Kindern. Ja? Und ich hab mir auch so schönes Wetter. Du. Wie ist denn mit den Kindern, du? Was ist jetzt in der Schule? Es geht. Ja, der Dommy ist durch und es geht. Du, wenn der Dommy durch ist, dann halt man doch daumen sehr fabelhaft. Du Hila, ich wollte dich etwas fragen. Schon die ganze Woche wollte ich dich fragen. Warte mal. Ja. So. Das gehen wir da rein. Lassen wir da drinnen. Ja, ja. Vorigen Sonntag war ich im Philharmonischen. Ich gehe doch jetzt immer. Du, es war so irrsinnig schön. Nein. Was war? Was war? Was war? Der Tochnani war ja krank. Ich hab in der Zeitung gelesen. Ja. Du hast das gelesen und da ist doch einer eingesprungen. Einer von den vier, ein Konzertmeister von den Philharmonischen. Ach, das waren die? Wie du drin warst? So etwas Aufregendes kannst du dir nicht vorstellen. Weißt, bis zur Pause waren die vier Jahreszeiten, wie weit ist alles gut gegangen. War alles sehr schön. Aber in der Pause. Du, die Leute. Weißt, ich glaube, so etwas gibt es wirklich nur in Wien. Sämtliche Leute haben gesagt. Das wird er nicht schaffen. Der kann das nie. Ja, das ist ja so schwer. Natürlich. Da spielt jeder Mensch. Jede Hälfte spielt einen anderen Rhythmus. Es ist ja wahnsinnig schön. Ja, ja, ja. Und jeder hat gesagt, das kann er nicht. Und dann, wie der angefangen hat, das gesamte Publikum ist so gesessen. Weißt du, also ich hab gedacht, ich war so wahnsinnig ausgerenkt. Ach, würde ich da gerne dabei sein. Und dann hat der das gepackt. Stell dir das vor. Wunderbar. Du, da wollte ich dich jetzt was fragen. Na? Weißt du, ich war so glücklich, dass ich das miterlebt habe, habe ich mich hingesetzt und habe ihm ein paar Zeilen geschrieben. Das finde ich fabelhaft, Elfi. Ja, aber dann war ich so unsicher. Und dann habe ich gedacht, du als Künstlerin wirst das wissen, ob man sowas überhaupt tun kann. Ob man überhaupt einem Menschen einfach schreiben kann als Fremder. Und wie der reagiert. Schmeckt er das weg? Wenn das ganz persönliche Zeilen waren, und ich bin überzeugt aus dem ganz persönlichen Schwingen nicht so Fruchtraben, sondern ganz, so ist es. Du, das freut ihn ganz bestimmt wahnsinnig. Also mich haben so richtige spontane Briefe immer wahnsinnig gefreut. Und ich glaube, man kann gar nicht alt genug sein, gar nicht lang genug bei dem Beruf sein, als dass man sich nicht freut. Weil es gibt ja, weißt du, meistens kriegt man so unter Fern... Siegst das? Na ja. Du, jetzt muss ich aber nur einen Moment schauen, ob du jetzt was freut. Grüß Gott, bitte, ja. Geil. Das Glöcklein. Ja, die Hila will angeblich ein Glöcklein haben, damit man so mit Glöcklein hier bimmeln kann. Ja, wenn sie was braucht. Franz, eine Bitte. Machen wir schon, Tina. Eine Bitte, wenn du zurückkommst auf dem Rückweg, bring ein Atlas mit, ja? Ja, bitte, Tina. Wir wollen für die Tina was nachschauen. Das Wasser. Sie braucht ein Wasser, die Hila. Ein Wasser. Braucht ein Wasser. Sehr. Da kann sie bimmeln. Sag ihr, es ist so ein Bimmel, wenn sie was euch bringt. Ja, bitte. Sucht was. Rwanda im afrikanischen Urwald. Also, weißt du, Geografie in allen Ehren, aber unsere Kinder lernen da in der Schule von Gegenden, wo sie nie im Leben hinkommen werden, alles bis ins Detail und... Du sagst das. Es ist alles sehr schön, aber die anderen Kinder in der Welt, die lernen nix über Österreich, ne? Nix über... Die wissen ja mit Australien, ne? Die wissen ja nicht einmal, wo Lust genau ist. Nein. Nichts wissen sie. Sehr nicht so. Ja, na bravo. Dankeschön. Franz, ich mach dir Platz, der Atlas ist da. Die Tina wird beruhigt sein. Ja, das Heffel müsst ihr noch weggeben, weil das ist ein ziemliches Drum. Alles, das ist ein Drum, wie du sagst. Auf Französisch. Und jetzt werden wir einmal schauen, dass wir Afrika finden. Ja. Das wäre Mexiko, das brauchen wir nicht. Nordost-Staaten der Amerikanischen Union, das sind die Vereinigten Staaten, Kanada, Neufungland, Labrador... Da ist es. Da ist Afrika. Da ist es. Moment, da ist ein... Einflanker. So. So. Afrika. Wir kümmern uns schon drum, Tina. Also, Afrika, Afrika. Na bitte, Moment, Moment, Moment. Nein, Tina, schaut, wir werden schon machen. Immer mit der Ruhe. Das Ugandahammer. 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 Was heißt von Ugandahammer? Wir suchen Rwanda. Rwanda. Lupen müsste man haben. Haben wir nicht. Lupen. Du, man muss schließlich und endlich von einer Landkarte verlangen können, dass man auch ohne Lupe auf ihr ein Land findet. Ich suche ja nicht irgendein Dorf. Ich suche ein ganzes Land. Ja, aber sie weiß ja gar nicht, wo das Wanda ist. Ein ganzes Land. Eine Hauptstadt sucht sie. Die Hauptstadt Rwanda. Sie weiß ja gar nicht, wo das Land ist. Ja, weißt du, wie das Land früher geheißen hat? Gott ist so geil. Nein, ich habe ja nicht aufgepasst. Nein, ich habe ja nicht aufgepasst. Nein, ich habe ja nicht aufgepasst. Und jetzt sind wir da und können das ausprobieren. Also, Uganda ist Afghanistan. Mit dem Uganda ist es nicht. Na ja, das ist ein alter Atlas, Franz. Na eben. Wie der gedruckt wurde, da war Rwanda noch gar nicht einmal auf der Welt. Da unten in Afrika ändert sich ja alles. Das heißt ja jetzt. Na Moment, Moment. Nicht nur in Afrika. Die Hauptstädte ändern sich auch? Du Guido, das ist eine alte Sache. Immer wieder werden in Ländern, also das kann man nicht den Afrikanern vorwerfen. Zum Beispiel, mein lieber Guido, mein lieber Peter, wir sind doch zusammen in die Schule gegangen. Wie hat denn zum Beispiel die Hauptstadt von Norwegen damals geheißen? Ich will das heute noch wissen. Christiania. Na bitte. Damals. In Olimszeit. Richtig. Christiania und heute heißt es Oslo. Oslo. Jawohl. Das kann sich ändern. Ich glaube, wir brauchen noch einen anderen Atlas, aber... Vielleicht hat der Ernst ja einen. Lass uns mal schauen, was ist das für einer? Jedenfalls die alten Bezeichnungen, Elfie. Das heißt ja alles. Kongo steht drauf. Damit haben wir nichts gewonnen. Aber sag vielleicht, vielleicht kann man irgendwelche telefonische anfragen. Man kann doch, man kann doch verschiedenes... Elfie. In der Geografie kann man doch vielleicht auch anfragen. Elfie. Am Wochenende, am Samstag, in Old Vienna, ja in Rwanda vielleicht. Aber entschuldige, man kann anfragen, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man fragen will, wie Vögel zu füttern sind oder man kann, wenn man Katzen hat, wie man sie, das kann man alles fragen. Aber Rwanda, das kann man noch vorstellen, aber das irgendwo ein Band läuft, das einem sagt, was die Hauptstadt von Rwanda ist. Das kann man nicht sagen. Moment, Moment, Moment. Na, schau. Halt. Na. Wozu haben wir denn in der, fast schon in der Verwandtschaft, den Herrn Windeck? Ja, natürlich. Der Herr Windeck, du. Ja. Das ist das Gehirn eines Sessions. Ich muss dich küssen. Das ist die Lösung. The solution. Na ja, schau. Der sitzt sicher in der Buchhandlung. Ich weiß schon, du wirst sagen Samstag. Nein, nein. Die machen jetzt Inventur. Ach so. Der wird dort sitzen, arbeitet. Der hat sicher einen neuen Atlas. So ist es. Zumindest eine Karte von Afrika. Ja, nein. Noch besser. Wir brauchen gar keine Karte von Afrika. Eine Karte von Rwanda. Hm. Gut, mach ich nicht. Ich rufe gleich den Niki an. Die wird wissen, wo der... Eben. Wieso die Niki? Wo ist die Niki? Die ist doch mit dem Windeck ein bissel. Ja, die wird eine große Freude haben. Denn ausgerechnet eine Hauptstadt suchen, die keiner kennt und deswegen hierher marschieren sollst. Also bitte für... Ja? Ja, Niki. Niki mein Schatz. Hast du vielleicht zufällig... Ja. Hast du eine Ahnung, wo der Heinz? Soll das doch her? Ja, ich verstehe das nicht. Nein, nein. Die leitet ihm. Ja, das verstehst du. Wahrscheinlich, weil sie einen Kuss von Franz haben will. Ich bitte dich. Eigentlich wäre es ja deine Aufgabe gewesen, dich um sich zu kümmern. Einen Kuss brauchst du nicht, wenn's krank ist. Na, vielleicht gerade deswegen. Ich halt mich jedenfalls an den Cognac. Der tötet alle Keime, falls überhaupt welche vorhanden sind. Ärztliche Verordnung. Ich hol mir auch ein Glas. Also bitte. Was ist die... Ich hab den Heinz erreicht. Bei der Niki in der Wohnung. Wieso in der Wohnung? Sie haben zufällig... Sie haben die Bibliothek in Ordnung gebracht. Und da ist ein neuer Atlas. Und sie bringen ihn her. Sie kommen bei... Wieso in der Wohnung? Wieso? Die Niki in der Wohnung? Wieso? Die Niki hat eine eigene Wohnung. Okay. Die hat eine eigene Wohnung. Ein Kredit wurde aufgenommen. Ja, mir sagt man ja nichts. Sie hat eine eigene Wohnung bekommen in ihrem Alter und sie wurde selbstständig... So deine Freude. Na, was machen wir jetzt mit dem? Der Heinz ist schon am Weg mit der Hauptstadt. Der kommt gleich. Ja, aber wenn ich dann die Hauptstadt hab, dann muss ich ja noch drum herumschreiben und das Land. Und die Einwohnung ist lang. Ach, das ist nicht schwer. Ja, natürlich. Das ist nicht schwer. Sag ich mal, was ist eigentlich der Professor Schwarz schon wieder zurück? Ja, der ist schon seit... Na Gott. Ja, der ist schon lang. Seit einer Woche ist er schon wieder da ungefähr. Na, und wie war es gestern beim Tanzen? Hast du den Solo bekommen? Nein. Wir haben für ein paar Leitdarm geprobt und so. Na, wo bist du jetzt? Was machst du? Ich bin so zwischen erster und zweiter Reise. Wir stehen immer so... Sie hat das so sogar... Jeden Moment kommst du ein Stück weiter vorwärts. Du Süß! Das war ein schöner Hund. Aber schließlich ja. Zeit noch weiter. Ich bin so lange nicht gekommen. Ich zeichne lieber, gell? Weil das man lernt mit euch schon. Da bist du überhaupt nicht dazugekommen. Hast du denn das? Nein, nicht mehr. Ich wollte ja. Da laufst du ja nicht dazu. Wir drängen da und weg. Lasst die Alten. So ist es. Die nehmen wir. Morgen. Sex, wie wir. Und dann werden wir diesen ausgeschlagen. Also, die Hilla braucht einen Fluss in Afrika, der sich kreuzt mit den Symptomen einer Verkühlung und mit einem Wintersportler. Hat sich Heber? Die hat kein Fieber, die hat ein Kreuzworträtsel. Ach so, ein Kreuzworträtsel, naja. Ja, Moment, was kennt man da? Aber bitte Verzeihung, könnt man da vielleicht das Kreuzworträtsel sehen? Nein, 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 du sehen kannst es nicht, weil wenn ich das der Hilla wegnehme, steht sie sofort auf, sie hat den Wahn, sie will unbedingt einen Preis machen bei einem Kreuzworträtsel. Geh, einen Preis. Ich geh aufmachen, ja? Ich geh aufmachen, ja? Möchtest du mir den selblichen Fluss? Nein. Was für ein Wintersportler? Ein Wintersportler. Ein Press-Ski-Laufen. Aber nein, du verstehst wirklich nichts von Wintersportler. Oh, ich hab Schiri, Schritschuhlaufen gelernt in 34 Sitzungen. In Sitzungen, ja. Aber was gibt's für ein Wintersportler? Ja, Wintersportler. Servus Gott! Servus Gott! Servus Gott! Servus Gott! Servus Gott! Was ist das für ein neue, rohlicher Wintersportler? Was ist das für ein neue, rohlicher Wintersportler? Ja, ich begrüße Sie, Herr Wintersportler. Ja, ich begrüße Sie, Herr Wintersportler. Ja, jetzt auf der Stiege, hab ich mich gerannt. Und ich hab mich gebückt und jetzt hat's einen Knacks und ich kann mich nicht mehr aufrichten. Auch nicht mehr der Jüngste, was? Na ja, so war das Glück, dass man einen Doktor Feldmann da hat. Oh, das ist fair. Ja, ja, das ist das perfide und das hinterlistige an dieser Familie. Wirklich. Ja. Ihr lockt mich da her unter dem Vorwand, die Hilla ist krank, ne? Die kommen her und dann werd ich dazu veranlasst, alle Presthaften der ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft zu untersuchen, ne? Das haben wir wirklich nicht wissen können, dass der Herr Wintersportler auf der Stirn reißt. Ja, ja. Das ist ein ganzer gewöhnlicher Hexenschuss, den der Herr Wintersportler hat. Ach, in meinem Alter, das ist aber beunruhigend. Ja. Ja, gut, ich glaub... Warum? Ah, ja, das ist nicht zu schlinken. Wie geht's denn jetzt der Oma? Du, der Oma, die sucht ein Bett. Sie sucht einen Fluss in Afrika. Im Bett sucht sie einen Fluss? Nein, im Bett sucht sie einen Fluss. Da muss sie im Flussbett suchen, die Oma. Nicht so ein Flussbett. Das ist wie die ganze Familie auf Safari. Aber bitte, ich werd gerne meine bescheidenen Kenntnisse zur Verfügung stellen. Servus, liebe Dina. Also, Dina sucht die Hauptstadt von Rwanda. Das ist aber doch ganz einfach, Schatz. Die Hauptstadt von Rwanda ist Kigali. Und früher hat Rwanda zur deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika... Ja, aber wirklich zum Ersten Weltkrieg... Nach dem Ersten Weltkrieg kam es in belgische Verwaltung und gehörte zu belgisch Kongo. Und nach dem Rückzug der Belgier aus Afrika wurde Rwanda-Urundi selbstständig. Mit der Hauptstadt Usumbura. Und später wurde der Staat geteilt in Rwanda-Burundi. Jawohl, und die Hauptstadt Usumbura ist jetzt die Hauptstadt von Burundi, heißt aber Puchumbura. Rwanda ist etwa so groß wie Kärnten und Steiermark zusammen, ist aber mit seinen 4,3 Millionen Einwohnern... Der dichtes, besiedelte Staat Afrikas. Also bitte sagt's, wieso seid ihr so gebildet? Bitte das Ganze jetzt noch einmal zum Mitschreiben. Das ist eine Allgemeinbildung. Also gerne, bitte zum Mitschreiben. Ach ja, ja, Allgemeinbildung, das kenn ich schon. Aber wirklich, das ist doch merkwürdig. Also wenn ich jetzt da so zuschaut habe und mir dachte, mein Gott, wenn man das also im Fernsehen zeigt, sagt doch jeder, das gibt's nicht. Das ist so abgesprochen, das kennen die nicht. Naja, Herr Windeck, da haben Sie ein Rezept, das lassen Sie sich in der nächsten Nacht Apotheke. Wollen Sie mich nicht mehr, das haben wir in der Zeit? Nein, nein, das mach ich schon. Die Leute haben auch noch das Geräusch bei der Kälte. Servus. Ja, ja, ja. Also mach dir keine Sorgen. Wenn was ist, rufst du mich wieder an? Wollt! Eine Bitte helfe! Wollt! Vergiss mich nicht. Nein, vergiss dich und deine Lieber, vergiss ich nicht. Servus, Uwe. Wird auch gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Servus. Und ein schönes Wochenende wünsch ich dir noch. Ja. Also wirklich, das war schon allerhand, was Sie da jetzt geleistet haben. Das haben wir schon im Vorübergegeben. Ja, ja, im Vorübergehen hast du das gemacht. Oh, Moment, Moment, im Vorübergehen. Aber ich werd jetzt nimmer mehr sehr lang vorübergehen. Ihr wisst, das ist doch eine alte Sache von mir. Ich hab so gerne dieses 2x7, weil ich weiß nicht mehr, was es in der nächsten Woche gibt. Wollen wir mal schauen. Das war so schön. Beim Karl Kraus gibt's doch da eine Stelle, da kommt der alte Biach vor in den letzten Tagen der Menschheit. Und der alte Biach, der schlagt auf die neue freie Presse und sagt, jetzt bin ich neugierig, was er mir heute schreibt. Ich bin neugierig, was sie mir heute... Na, wetten hätt ich können. Wetten hätt ich können. Was? Das ist wiederum ein Familienzentrum. Ist nicht wahr. Nein. Na ja. Aber bitte, die scheinen sich ein bissel vom Mundl zu unterscheiden. Ich hab nur den Eindruck, so wie wir da sitzen, also für den Mundl, da könnte ich mir nichts vorstellen. Herr Windeck, diese Sendung war in Ihrer Art ganz ausgezeichnet. Ich mein, sie ist auf einem anderen Niveau. Aber in Ihrer Art hervorragend. Auch die Familie Merlin. Ich mein, ehrlich, die Familie Merlin... Bitte, nicht in jeder Familie kann man immer gleich mit einem querschnittgelenmten Kind aufhalten. Und da hat man natürlich gewisse Schwierigkeiten... Wir suchen heute Rwanda. Das ist auch eine Ersatzion. Das hat jedes Reihe aus Rwanda. Aber wirklich, das ist Rwanda. Aber am besten hat mir gefallen. Bitte, wie heißt die Hauptstadt von Buruti jetzt? Uchumbura. Uchumbura. Das finde ich also toll. Wahrscheinlich. Da bin ich noch besser. Ein Usobura. Wie heißt das? Ein Usobura. Na ja. Das ist doch toll.